Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Together Minecraft. Ja, wir sind auch wieder da. Ich bin auch wieder da. Und wir haben hier einen Special Guest. Hier, läuft gerade vor mir weg. Du kannst auch mal Hallo sagen. Hallo. Happy, was hast du hier alles ausgekippt? Ich bin irgendwo gestorben hier im Moment. Ich hab das gerade alles eingesammelt. Ach, cool. Da muss er eben die Wegpunkte wieder ändern von der anderen Map vom Server. Ich hab den ganzen Pick. Ja, ich hab ein paar Picken gemacht. Also seit letzter Aufnahme da, das mit Fraps irgendwie so. Und nebenbei rendern, das hat nicht so ganz gut funktioniert. Deshalb ist der Raum unten schon fertig. Bin ich gerade ein Zombie? Was? Ich muss mich mal angucken, ob ich gerade ein Zombie bin. Ich bin hier bei den Betten. Bin ich ein Zombie hier oder sehe ich irgendwie die krummes Auffassung? Nee, du siehst normal aus. Ich hab dich doch eben gesehen. Nein, komm mal bitte. Nee, ich guck erstmal jetzt hier in den Slime-Shank rein. Na, hier kommen sie mit Grün-Blubber-Blasen. Komm mal her. Was ist? Du kannst da den ganzen Graben wieder haben. So, naja, ich guck jetzt erstmal da unten rein. Ich komm mal gleich wieder hoch. Und den Fly-Mod hab ich jetzt auch deinstalliert. Nee, ich hab eigentlich nicht deinstalliert. Ich hab was in anderen Mod installiert. Da hat jetzt der irgendwie raus und da habe ich Minecraft da updaten musste, weil sich irgendwas nicht vertragen hat. Ja. Ist fertig, ne? Ja, ist fertig, ne? Mir ist aber auch nicht passiert. Leider keine Slimes drin gespawnt. Nein, ich wollte dich aber aufhalten. Ähm, das wollte ich heute nicht passieren. So, Moment. Frag, dürfte ich vielleicht wieder eine neue Videodatei gemacht haben. Also, falls es im Video nachher zu kurz ist, ich hab grad so auf Shift gedrückt, dass mein Rechner irgendwas mit Einrastfunktion wollte. Dadurch hat sich mein, äh, mein Minecraft-Fenster irgendwie kleiner gemacht. Und ja, dann ist das halt nicht mehr in Full-HD gewesen kurzzeitig. Also, wenn ihr später im Video schwarze Balken habt oder was weiß ich, wo das Bild kurz verzerrt ist, dann liegt das daran, dass ich hier grad einen Fail hatte. Okay, äh, hast du mir noch... Wo hast du jetzt meinen Mist? Hast du den immer noch? Ja, ich denke, es ist immer noch. Wo seid ihr eigentlich? Wir kommen jetzt wieder zum Haus. Wir waren einmal beim Slimeshunk. Kann man das überhaupt raus nennen? Äh, ja, nein. Nein. Ich muss mich grad erst mal entscheiden. Ist ja auch so schwer, die Ja oder Nein zu sagen. Ja, ist das auch. Eine schwere Entscheidung. Jasmin, nix aus den Kästen klaut. So, äh... Da hat Kuma bei mir. Sie kann doch ja auch irgendwas bauen. Sie kann ich auch aus den Materialien, die wir hier haben, ausbauen. Oh. Oh. Wird sagen, Kabelstone im Überfluss haben wir auf jeden Fall. Ja, und ich mach mir grad noch mal ein bisschen, ähm, die Stonebricks. So. Und ich brauch was, ich brauch was zu essen. Ja, haben wir noch was zu essen. Ich brauch nur was zu essen. Da, guck mal, bei, äh, bei Sammy da. Darumliegend. Das sind ein paar Äpfel. So. Vor mir. Schubs. Entschuldigung, ich muss grad wieder reinschubsen. Ich muss den mit dem Band bauen. Warum heißen wir jetzt die alle jetzt so? So, was machen muss? Was heißen wir jetzt? Wie alle jetzt durcheinander reden. Sammy, jetzt gib die Äpfel her. Moment, das ist ja voll... Das brauche ich ja da für ein Fail. Ähm. Gut, das hab ich noch eins. Kannst du mal hier die Erde hier wegmachen und da noch ein bisschen, ähm, Kabel reinpacken? Ich hab grad immer ein Kabel rausgeschließen. Jo, Pech gehabt. Du kennst mich doch, wenn ich ein Haus baue, dann wird das immer schön chaotisch. Ähm. Wir haben ja so viele Kabel, ne? Ja. Wir haben's nur... Ey. Du brauchst jetzt hier nicht anfangen zu legen. Wenigstens nicht dauerhaft. So. Mann, muss ich... Was ist das? Muss das da schon, wenn dann... Ja, gib mir mal ein bisschen Kabel, bitte. Ich hab nur noch 58. Reicht mir ja. Erstmal. Ähm. Aus was macht man Penstand? Aus Sand, die man in den Ofen tut und brennt. Aus Sand? Ach, du, weißen Sand, Frau. Der ist gelb. Gelb. Wir haben ja auch ein bisschen was in der Kiste. Du musst hier nicht irgendwelche schönen Stränder abbauen. Wie aus dem Zeug da. Aber das musst du nicht abbauen. Kannst auch hier in die Kiste gehen und da bisschen Sand holen. Ganz einfach hier in den ersten Ofen gehen, weil... Erste Ofen, ja, das fehlt auch noch ein bisschen Kohle, ne? Ja, die wohn ich gerade. Da, hier den Ofen, hier, hier, den oben. Wenn der fertig ist. Dann... Haben wir noch irgendwo unten Planks rum? Ja, da haben wir unten Planks rum bestehen. Ich hab hier noch ein bisschen Holz für mich. Das können wir auf jeden Fall verarbeiten, weil das ist das hier Ding in Form. Ich möchte aber ein dünnes Kabel machen. Ja, das ist... Kann Timo dir auch gleich machen, oder? Aber kannst du das, Timo? Was? Kannst du... Ja. Das ist ja gut. Oh. Ich bau jetzt halt mal ein bisschen weiter an unserem Häuschen. Ne, guck mal so. Das bringt nicht so viel. Wenn ich... Wenn du bauen würdest und ich dir zugucken will, das wird was bringen, weil ich nehm auf. Und da kommen die Steine nicht hin. Du kannst irgendwas anderes machen. Geh in... Was weiß ich. Geh in die Höhle und dann... Okay. Aber wenn... Mach nicht die Pflanzen kaputt, das wäre nämlich... Ein bisschen blöd. Das glaube ich eigentlich nicht, dass du das machst. Well, helf dir mal. Ich kann irgendwo reinfallen. Ja, wir können ja auch nicht helfen. Wir wissen ja auch nicht, wo du reinfällst. Welche Löcher. So, normalerweise fall ich eigentlich immer in die Löcher. Ich hab meine Hohen vergessen. Genial. Bald kannst du ja nicht mehr lang gehen, wo du gerade langgegangen bist, ne? Jetzt tu mir noch ein bisschen Kabel in den Ofen, bitte. Wir haben ja so wenig. Du hast ja jetzt zum Glück endlich den Slime-Schank ausgehoben, ne? Endlich? Ja, endlich. Das hat ja so ewig lange gedauert. Geht ja gar nicht. Sei mal ruhig da. Ich hab ja in der Zeit daran gearbeitet, dass mein Rechner nicht mehr so rumleckt. Ist ja ganz unwichtig. Ja, Mann! Ja, nee. Da kommst du auch bald nicht mehr lang. Das werde ich als nächstes tun machen, hab ich gerade schon beschlossen. Ich brauch auch so ein paar Fenster, ähm. Ja, im ersten Ofen. Alles gut. Ich brauch was zu futtern. Hast du irgendwo was zu essen für mich? Ich hab jetzt gerade nur noch drei, äh, Futterdinger, Symbole. Das ist nicht so ganz, äh, gut. Ach, wir kriegen das erste Mal Hungerprobleme. Ich kann mal nach Brot. Dann kann man 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 nach Brot. Moment, ich glaube, ich will das nur hier unten so hinmachen, oder? Dann da. Ja? Ja, das sieht ja gut aus. Oh, ich bin wieder aufgekommen. Ey, mein schöner Weg wächst langsam zu. Ja, toll. So, und hier mach ich, glaube ich. Ja, kannst essen. Kannst du weg. Ach, ich krieg gleich was zu essen. Cool. Die Seite bringt das auch nicht so viel, wenn da irgendwie die Fenster reinmacht. Deshalb, und da bringt es auch nicht so viel, wenn ich da nicht so öffnen lasse. So. Baue ich da noch ein Kabel rein, und da ein Glas. So, und da ist der Eingangsbereich schon mal fertig, außer das Dach. Wir haben keine Essensprobleme, auf jeden Fall. Nicht? Das ist gut. Was bau ich mir im Bett? Im Bett baut man sich aus Wolle und Holz. Essen! Das sieht ja schon ganz gut aus. Du hast ein bisschen Kabel gebrannt, genau. Wunderbar. Ja, in den unteren Beinen. Ja. Ich wollte jetzt so schön hier durchs Fenster jumpen. Wodurch? Welches Fenster? Ja. Ich hab hier... Ich hab alles, was von vorne kommt, hab ich schon mal zugebracht, damit du nicht wieder durchsprintest. Also hier den Bergchen müssen wir nachher noch abtragen, damit wir eine schöne Panoramasicht haben. Ne? Freust dich schon drauf, oder? Hm. Mein Lieblingsarbeit. Hier, willst du ein Brot? Ja, will dich. Schmeiß mir hin. Du bist beschäftigt. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ich bin im Haus. Beziehungsweise, jetzt... Mittlerweile ist es ja schon mehr im Haus, ja. Hier. Eins. Ach, das ist gut. Ich hab noch drei... Zweieinhalb Essenssymbole. Wo soll ich den Berg abhauen? Hier, da, wo ich das gerade das große Fenster hier gemacht habe. Den Berg weg. Den muss man irgendwann auch weg. Aber lass mal schlafen legen. Jasmin, hast du schon ein Bett? Nein. Dann komm mal zu uns, ich kann dir noch eins bauen. Falls du das wieder findest. Oh, oh. Gut, na. So. Ja, okay, dann nimmst du das Bett. Timo, komm. Okay, äh... Wir schlagen ja alle im Bett. Das ist ja immer doch der Bug. Wenn einer sich ins Bett legt, dann... Tja. Ist halt so... Hab jetzt gerade auch nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Sie lag schon wieder. Ne? Ich glaub, ich hab deinen kleinen Weg wieder kaputt gemacht, oder? Kommst nicht mehr zurück, ne? Ist das schön. So einen kleinen grünen Monster dazu beim Gucken, beim Arbeiten. Ich bin grün, ich bin prun. Du kleines grün-blaues Monster. Vielleicht noch ein bisschen gelb und ein bisschen schwarz. Das weiß ich. Können wir mal ein paar Fackeln machen? Komm her, ich hab ganz viel Geld. Hier, nimm' ein paar. Warte. Wie viel Clay haben wir eigentlich? Da muss ich... Müssen wir da wohl noch mal holen gehen. Da muss ja auch noch ein bisschen mehr so hin. Danke. Das ist doch ganz nett hier. Ja, das wird langsam was. Ich bin jetzt schon wieder auf. Zwölf Minuten. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt schon mal... Ich bin jetzt... Mit seinem Panoramablick auf die Erwerbung, beim Samenland der Baum, da war aber weil wir dr splitting... Äh... Boy, man glaube ich, oder? Wenn alle mit dem Kiste... Wollte ich dich nicht hinsetzen. Ich arbeite gerade mit deinen Fenstern, die habe ich schon eingesetzt, bei mir. Ein paar davon. Ja, ich habe aber noch welche. Hast du noch welche bekommen? Ja, gleich. Warte, du hast noch kurz. Ich habe keine Fenster gemacht. Die habe ich alle schon gemacht und auch schon teilweise aufgebraucht. So, jetzt brauche ich noch mehr. Nein, die unteren Öfen, jetzt brauche ich wieder ums Haus rumrennen. Wo bist du? Ich baue es den Dreck aus. Nee, Jasmin. Naja. Okay. Äh, Fenster, wo wolltest du? Da. Ja. Dann guck. Ja, okay. Kann er vielleicht irgendwann auch wieder schön machen. Weil Dreck ist nicht gerade das Schönste. Du kannst dich auch hier in den Berg rein wollen. Machst du auch? Du kannst dich auch hier irgendwo in den Berg rein wollen. Das magst du doch lieber. Oder nicht? Nee, da kann ich ja nicht schieben. Ach so, das... Meinst du, das ist zwar anstrengend mit Pickaxe und alles. Ja. Oh, ich glaube. So, wieder erstmal ums Haus rumrennen. Sehr gut. Oh, ich glaube, ich kann die Dinger brechen, ohne dass da irgendwas anderes rauskommt. So. So. Wie, glaube ich. Das sieht wirklich ganz gut aus. Also, der Panoramablick wird hier langsam... Der wird langsam ermöglicht. Der wird langsam ermöglicht, ne? Ja. So, also, die Wände sind schonmal fertig. Ich bin immer irgendwie... Egal, wo ich bin... Ich bin immer am Kabel zu abbauen. Du musst immer irgendwas abbauen, ja. Weil du selbst meinst, du kannst nichts bauen. Ja, kannst du nicht. Dann musst du halt abbauen, weil das kannst du ja wenigstens. Okay. 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 Okay.